ich grüße euch alle erstmal einen herzlichen dank fürs folgen sehr schön dass euch meine bilder gefallen da kommen natürlich noch einige mit dazu wer videos mag ihr könnt auch gerne auf meinem youtube channel mal vorbeischauen da gibt es ja auch noch ein paar naturaufnahmen und ein paar andere kleinigkeiten ich wünsche euch ein schönes wochenende und man sieht sich